In den vergangenen Tagen gab es sehr viele Diskussionen bezüglich der emotionalen Rede von Greta Thunberg. Dabei gab es längst aber nicht nur positives Feedback. Vor allem in den sozialen Netzwerken gab es sehr viele kritische Stimmen. Greta soll zu überzogen und zu emotional gewirkt haben. Das Internet wäre allerdings nicht das Internet, wenn es nach einigen Tagen nicht schon genügend Memes geben würde. Besonders viral ist eine Version der Rede gegangen, bei der die Worte Gretas in einer Death Metal Version vorgespielt wurden. Auch die Umweltaktivistin selbst hat das Video gesehen, nimmt das alles aber sehr gelassen. Auf Twitter schrieb sie, ich bin mit diesem Klimading durch, von jetzt an werde ich nur noch Death Metal machen. Sicher sollte man diese Aussage nicht allzu ernst nehmen, es zeigt jedoch, dass auch Greta selbst über einige Memes lachen kann. So etwas tatsächlich das, dachtens für dich. So etwas Features und ich hier stopped. So etwas Features und wir kommen heute auch hinzu, wenn man hier über Gesellschaft Aber es geht natürlich auch nicht.